Hallo ihr Lieben und Willkommen zu meinem neuen Video. Und heute habe ich mal wieder ein DIY für euch. Und zwar zeige ich euch, wie ihr ganz leicht diese kleinen und süßen Notizbücher machen könnt. Insgesamt mit der und der Seite und Vorder- und Rückseiten hat dieses Büchchen 16 Seiten. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, dann bleibt einfach dran. Viel Spaß! Ihr braucht ein weißes Blatt, eine Schere, einen Tacker, wenn ihr das beschriften wollt, einen Stift und was zum Dekorieren. Ich habe hier jetzt Washi-Tape genommen. Ihr könnt natürlich auch Stempel nehmen oder Sticker, was weiß ich. Aber wie ihr sicher schon wisst, liebe ich Washi-Tape. Und nachher werde ich auch mein Lieblings-Washi-Tape wahrscheinlich verwenden. Aber jetzt sind wir erstmal bei der Herstellung des Büchleins. So, wir nehmen dieses Blatt also nicht so, sondern wir nehmen es so. Dann knicken wir es hier einmal auf die Ecke. Also auf die andere Seite. Diesmal nicht auf Ecke. Ich meine, man macht ja immer so ein Buch mit der Seite auf die Seite. Und wir machen jetzt auch ein Buch nur von der Seite halt auf die Seite. Also von der länglichen Seite haben wir das geschaltet. So, wieder auffalten. Und jetzt umdrehen auf die kurze Seite und ein Buch falten. Eigentlich verstehe ich nicht, warum manche Leute dazu Buch sagen. Weil das ist... Ja, okay, eigentlich Ende. Doch, ich verstehe es. So, und jetzt falten wir es wieder auf. Und wir falten jetzt diese Seite hier zum Mittelknick. So. Jetzt falten wir es auf. Drehen alles um. Und falten diese Seite zur Mitte. Jetzt falten wir das wieder auf. Und so müsste es jetzt aussehen. So, hier ein Teil, Knick, da ein Teil, Knick, Teil, Knick und noch der restliche Teil. So, und jetzt nehmen wir... Also wenn hier... Wir haben jetzt ja vier Knicke. Jetzt nehmen wir den mittleren Knick, den hier von der kleinen Seite. So, wir knicken es jetzt einfach wieder an dem Knick in der Mitte. Nehmen unsere Schere. Schneiden hier... ...diesen Knick hier ein. Beziehungsweise diese Linie. Achso, wichtig ist, dass es die geschlossene Linie-Seite ist, die zu euch zeigt. Weil sonst fällt es auseinander. Fast. So. Okay. Ich lege die Kamera mal ein bisschen höher, dass ihr es besser sehen könnt. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Mund, wie bei Bernd das Brot. Hallo. Hallo. Ich brauche das Brot. Haha. Und jetzt... Jetzt faltet ihr es so. Also die lange Seite. Aber ihr faltet es nicht wirklich. Ihr knickt es nur rüber. Und dann biegt ihr es sozusagen in die Mitte. So dass es dann so aussieht. Also ich zeige es nochmal. Ich zeige es jetzt so, dass ihr es auch seht. Ihr knickt es hier so ein bisschen ein. Als ob ihr es so machen würdet. Und dann schiebt ihr einfach die Seiten zusammen. So, jetzt können wir die Seiten mal so ein bisschen glatt falten. Und es wird jetzt einfach alles so, weil hier sind ja jetzt so zwei Seiten, die mehr zusammen sind. Und da werden jetzt alle Seiten auf die linke gefeiert. So, und wieder runter. Jetzt sind hier ja schon unsere Seiten. Aber es sind noch relativ wenige. Und ihr seht, manche sind unten zusammen. Da war doch gerade eine wozu so. Ah ja, hier zum Beispiel sind die zusammen und so. Und es ist gleich egal, wo ihr es tackert. Ob es jetzt auf der Seite ist oder auf der. In dem Fall sind jetzt ist halt die Zone Seite hier unten. Sonst ist sie da oben. Und ja, auf jeden Fall nehmt ihr jetzt euren Tacker erstmal. Weil wir schneiden es gleich auseinander und sonst fällt es auseinander. Und tackern hier relativ weit oben und am Rand. Ihr könnt es auch mal in der Mitte machen. Aber ich mache es jetzt hier relativ weit oben. Und es ist wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr relativ nah hier am Rand tackert. Weil wenn ihr nachher hier irgendwo tackert, dann kriegt ihr es ja nicht mehr auf. Gescheit. Und jetzt nehmen wir hier einfach unsere Schere und gehen hier rein. Gehen hier in diese Lücke hier zum Beispiel die erste. Und schneiden die zwei Seiten auseinander. Das macht ihr jetzt auch bei denen, wo hier unten zusammen ist. Ich finde es irgendwie besser, wenn die bis da hochkant steht. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe hier jetzt alles auseinander gemacht. Und der Grund, warum hier ja Nina Nina draufsteht, ist, dass ich das für meine Videos nehme. Also wenn ich eine Idee habe. Und hier kommt jetzt mein Lieblings-Washi-Tape zum Einsatz. Das ist von dm. Und ich finde es richtig schön. Wir waren gestern auch bei dm. Und da gibt es auch voll schöne Washi-Tapes. Jetzt zum Beispiel mit so Fröschen. Und dm hat einfach allgemein irgendwie voll die schönen Washi-Tapes. Und das klebe ich jetzt hier einfach. Ja, auf jeden Fall klebe ich das hier jetzt einfach über diese Tackernadel. Und knicke es dann hier einfach um. Die, die meine Videos schon länger gucken, wissen nicht nur, dass ich Washi-Tape liebe, sondern auch, dass ich es eher schlicht mag. Deswegen werde ich da jetzt nicht so viel drauf machen. Und ja, was ich vergessen habe zu sagen und vielleicht hätte machen sollen, bevor ich hier jetzt gemacht habe. Ich lasse es jetzt übrigens so, dass, wenn ihr wollt, könnt ihr hier dann noch den Rand abschneiden, weil das dann relativ ungleichmäßig, wenn ihr die Seiten auseinandergeschmitten habt. So, und fertig ist euer kleines Notizbüchchen. Aber, noch nicht abschalten. Und zwar, wenn ihr... Ich möchte nämlich wieder ein Q&A-Video machen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen an mich habt, dann schreibt doch in die Kommentare. Das Video wird wahrscheinlich heute oder morgen noch online kommen. Und dann, wenn euch meine Idee gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, was für Fragen ihr habt, ob euch das Video gefallen hat, was ihr noch für Videos sehen wollt. Dann könnt ihr mich rechts oben irgendwo noch kostenlos abonnieren. Und ihr könnt die Videos auch gerne mit euren Freunden teilen. Und dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!